hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Tab Titan 2 ich werde das Spiel mal starten ich habe es schon heruntergeladen übrigens habe ich gestern ein Strike gekriegt weil ich das Spiel Coin Master gespielt habe nur weil ich das gespielt habe letztes Jahr fertig hätte ich nicht gedacht um um ja das war das was ich an ihm mache mich mit einer E-Mail Adresse zu registrieren mal schauen wie läuft man kommt mit Level 2 ok jetzt müssen wir mal schauen wie läuft man kommt mit Level 2 ok jetzt müssen wir mal schauen wie weit ich mit Level 2 ich bin schon bei 5 und bei 6 bin ich jetzt mal cooler mal besser mal besser mal besser den siebten boss schaff ich auch noch gleich kommt der achte boss das schaffe ich auch noch das muss ja noch das ist ja noch da der achte die soll ich gucken hat er gesagt aktiv gut 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 ja den schaff ich auch noch ich glaube der zehnte boss den wir nicht mehr kriegen gut 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 ich spiele jetzt heute mal einfach nur ohne meine begleiter oder freunde ne den schaff ich nicht schade also mit level 2 komme ich bis zum zehnten boss und da ist dann ende leider okay dann werde ich jetzt mal hier ich bin beim zehnten boss also mache ich jetzt mal schwert auf level 10 hier noch was einsammeln auch noch einsammeln noch mehr einsammeln wie weit komme ich jetzt vielleicht bis level 20 ich mal hier ja das aber ihr so es 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 sch Ich habe die Vermutung, dass keiner mal ein Gaming Headset gewinnen möchte. Ich fahr es hier noch morgen ab und dann werde ich es verkaufen. Und weiter im Text, wir sind hier gleich beim 15. Boss. Ach komm, wir kaufen die dazu, wir verbessern die nur nicht. Wir sollen dir erst zuschauen, wie stark ich bin. Zack, ich bin ja schon beim 15. Boss. Da, auskust du. Schön. Oh, wieder Boss. Also natürlich meine Begleiter, die machen auch Schaden. Der eine macht besonders viel, ich weiß aber nicht welcher von den dreien. Ich denke mal der, der jetzt letztens kam. Schauen wir mal. Der hier bestimmt. Also die, der macht 36 Schaden, 157 und 528. Gleich haben wir die Stufe 20 erreicht. Stufe 19, der 19. Boss. Und da ist der 19. Boss. Das wird schon schwerer für mich. Jawoll. Jetzt bin ich beim 20. Boss. Was? Wo kommt der? Wo kommt der? Wo kommt der? Ich habe wieder einen Erfolg. Erfolg. Jawoll. Ich würde sagen, ich würde gegen den 20er Boss normal nicht gewinnen. Ach, da ist er schon. Aber durch meine Begleitung will ich das wahrscheinlich ganz knapp schaffen. Ja, doch, das schaffe ich. Und da ist er. Ich habe ja nicht wirklich einen knapp PC ausgerichtet. Normal war das Spiel immer mit Werbung. Oh, Pinguin, der macht viel Schaden. Zack, ein Schlag tot. Und der nächste, down. Und der nächste, down. Hat der Bus auch so schnell tot gemacht? Warte mal. Ah ne, 21 bis 22 war ja gekommen. Genau. Boah, halbes Leben haut er weg. Naja, nicht ganz. Die beiden sind neu. Ja, das schaffe ich auch. Ich mache fast gar keinen Charme mehr. Ich mache fast gar keinen Charme mehr. Ja, da geht es mir gleich noch. Okay, das ist mir ein Charme mehr. Das ist mir, ich mache jetzt mal. Ich mache fast gar einen Charme mehr. Ich mache jetzt mal den Charme mehr. Also, ich mache jetzt noch einen Charme mehr. Ich mache noch ein Charme mehr. Also, ich mache jetzt gerade den Charme mehr. Und da muss das auch dauern. Ich habe jetzt einen Brief gekriegt, oh warte mal, drei Erfolge, erstmal wichtiger. Ich habe jetzt einen Brief gekriegt, hier ist es ein Brief. Ich habe jetzt einen Brief. Ich habe jetzt einen Brief. was ist das da oben wow ich kann mir Sachen anziehen ausrüsten ausrüsten und da was ist besser der gibt immer bei jedem gold ok und der nur beim boss das ist gut sieht aus wie ein schlafanzug oder nicht macht gar keinen spaß was zu drücken weil der hier mal alles weg haut bei 22 millionen kann ich mir erst die nächste holen das dauert jetzt klicke ich mal so schnell ich kann so ist es leichter wo ist der boss ich habe den boss nicht geschafft warte noch mal das glaube ich nicht dass ich nicht geschafft habe also zum master ja kannst mich mal da und ist da und ist da da war bestimmt gerade wo ich hier so irgendwo lag geschaut habe da kam bestimmt gerade der boss kampf da war wieder boss kampf zack weg ist er ich bin gespannt wie weit ich noch komme und dann würde ich sagen ist es vorbei für heute ist es vorbei für heute und da ich bin gespannt wie weit ich noch komme und dann würde ich sagen ist es vorbei für heute weil hier bei dem spiel ist auch viel nichts interessantes immer macht zwar spaß ich habe auch schon ein paar mal so ein klickspiel gespielt ein anderes nicht dass also das hat ja auch schon ein paar gespielt weil das ziemlich oft kommt bei bluestack dass ich hier das als ticket habe aber naja gleich kommt 28 boss wo ist er denn wo ist er denn da ist ja doch den schaffe ich noch aber ich denke der 29 boss im level 29 nehmen werde ich nicht mehr kriegen wir mal kurz gucken habe ich mein ticket schon steht mal wieder nichts dabei ich bin noch level 10 und kämpfe in level 29 meine güte bin ich nicht gut da ist der boss ne den schaffe ich nicht mehr wie mache ich das jetzt am besten steigere ich mein level um 29 levels oder auf 29 weil dann hätte ich ja vorhin eigentlich nicht auf 10 gehen müssen weil ich bin ja in level 10 ausgeschrieben dann wäre ich ja auf 12 ah ich steige auf 29 29 level 29 boss kampf probieren und los geht's bringt auch nichts 50 und auch dieser 200 mal aber gemacht nein danke ein erfolg Erreiche 120 Komm das machen wir auch nochmal schnell Was war das? 120? Oh, da ist schon wieder ein Boss The Minestro Erfolge Ich habe es vergessen auf 100 irgendwas Erreiche Helm Level 200 Ach ne, erreiche 200 Helm Level 200? 200? 200? 200? 200 200? 200? Ach klar Level 200? Schaffe ich das eigentlich? Natürlich nicht Oh, wie schnell ich wieder hier Scham mache Heftig Zack, zack, zack Keiner hat ne Chance Bäm Und Die nächste Ich brauche gar nicht die anderen Helm Guck mal Ich brauche ein bisschen der Blau, der Boss 200 tipps 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 64 Das ist eigentlich nur noch ein Hut Ich wollte ja nicht auf 200 Aber Ich denke da kriege ich gleich ein bisschen Probleme Mit der Zeit her Mit der Zeit her 150 habe ich schon Erreiche Stufe 40 Okay, das schaffen wir locker Ich kriege mittlerweile schon Millionen 45 45 erreichen Das wird ein bisschen länger dauern wahrscheinlich Aber Schaffe ich auch Aber Ich möchte Ich möchte doch nur Level 200 werden Komm schon Die letzten 35 Levels Da Jetzt nach dem Boss kriege ich viel Geld Für Zwei Levels hat es gereicht Und 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 Wird aber auch schon wieder ein bisschen schwieriger hier Wird aber auch schon wieder ein bisschen schwieriger hier Noch 30 Levels Noch 30 Levels Ach ne neue Fähigkeit Das brauche ich aber nicht Ich mach nur mal Schwertmeister Schnitt Gleich bin ich bei Level 45 Das fehlen noch 25 Und der Boss ist auch da Und der Boss ist auch da Bäm Oh, der hat viel Geld gegeben Scheint dass man nicht immer wieder ein Boss killen kann Scheint dass man nicht immer wieder ein Boss killen kann Ich denke mal der nächste Boss wird ein bisschen schwieriger werden Ob ich den noch schaffe Ach doch klar Da Ab viel Million Noch 9 Level Zack Weg ist der Boss Zack weg ist der Boss Fast 6 Millionen Jetzt sogar mehr als 6 Millionen Jetzt über 7 Millionen Auch noch 4 Levels 4 Levels Schaffe ich mit Level 200 Den Boss 50 Den Boss La 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 Gleich Ich würde La Woll sagen Aber Eigentlich heißt es ja Jawoll Level Level 200 Jetzt noch schnellst du Ein Boss Da ist er Ich wollte den anderen Boss haben Mit Level 200 Mit eigen Level 200 In Boss Level In Boss Level Ah Schön Na ich glaube jetzt Die schießt mit einem Schuss Alltot Ne Ne Die ist gar nicht so stark Die macht aber 11 Millionen Schaden Was waren die für Schaden Ne Ok Schauen Schaffe ich das noch Ich habe dem Boss einen kleinen Vorsprung gegeben Kommen Schneller 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 Jawohl Und ich habe ihn Ja Ich bin schneller durch Ich schaffe es nach Ja Nein Doch Boah Auf der letzten Sekunde habe ich es auch geschafft Was ist das Fähigkeitspunkt Fähigkeitspunkt In Ordnung Ok Auswählen Ok Danke Und Zwei Erfolge Einsammeln Fähigkeitspunkt 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 Da habe ich noch etwas hin Ich benutze ein Video da hin. Ah, der ist besser, okay. Aber was habe ich denn hier noch? Bleib bei Schwert. So Leute, dann würde ich mir sagen, das war's für heute. Ich schaue mal kurz nach. Das sind bestimmt doch schon über 10 Minuten die Spiele, oder? Ich schaue mal nach. Wenn nicht, muss ich gleich wieder zurück switchen. Jawoll. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Bis dann, für viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. 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 Ciao.